Es geht darum, insgesamt an allen Standortfaktoren zu arbeiten, um diesen Standort im internationalen Wettbewerb wieder attraktiver zu machen. Und das ist insbesondere ein Wettbewerb um die Talente dieser Welt. Und die kommen nicht in ein Land, um dort die Staatsfinanzen sanieren zu helfen, sondern weil sie sich dort eine Existenz aufbauen möchten. Und sie sind so mobil wie keine Generation vor ihnen. Und dementsprechend sollte sich Deutschland diesem Standortwettbewerb nun stellen. Denn ohne deutlichen Zuwächse bei der qualifizierten Zuwanderung werden die Probleme hierzulande noch größer.